Als mittelständisches Industrieunternehmen kennen Sie das bestimmt. Jahrzehntelang war es keine große Herausforderung, neue Kunden, neue Aufträge zu gewinnen. Und weil jeder bei Ihnen arbeiten wollte, standen die Bewerber förmlich Schlange. Doch Sie merken, dass sich vor allem in den letzten Monaten, Wochen einiges getan und auch zum Negativen verändert hat. Sie müssen praktisch um jeden Neukunden kämpfen. Und vor allem die Gewinnung von neuen, passenden Mitarbeitern ist lange nicht mehr einfach. Lassen Sie mich eines sagen, es liegt nicht an Ihnen. Das Problem hat die gesamte Branche. Wir arbeiten mit dutzenden Industrieunternehmen zusammen und alle erzählen dasselbe. Es war sehr schwer, über traditionelle Marketinginstrumente wie Messen, Ausstellungen oder auch Kundenbesuche neue Kunden zu akquirieren. Und in der Zeit ist dann die Zusammenarbeit mit Social Media Schwaben entstanden, eben über alternative Marketingkanäle nachzudenken. In der Vergangenheit oder früher war das eben so, dass wir pro Stelle, die zu besetzen war, ungefähr sechs Monate, fünf bis sechs Monate gebraucht haben. Die Situation vor der Zusammenarbeit mit den Social Media Schwaben war die, dass wir im Personalbereich vor allem den klassischen Weg der Personalakquise gegangen sind. Das heißt, Zeitungsannoncen oder Ausschreibungen. Jetzt ist dann eben der Weg in der digitalen Welt einfach viel breiter gefächert. Man erreicht eine größere Zielgruppe und hat dementsprechend eine höhere Bewerberzahl. Wie Sie sehen, fällt es nicht nur Ihrem Unternehmen aktuell schwer, an neue Kunden, neue Aufträge oder Mitarbeiter zu kommen. Die gute Nachricht ist, in den letzten drei Jahren haben wir mit über 150 Industrieunternehmen gearbeitet und für jedes dieser Probleme eine passende Lösung entwickelt. Und das bedeutet, wir wissen ganz genau, wie wir mittelständischen Industrieunternehmen dazu verhelfen, mehr Kundenanfragen zu gewinnen, trotz der gesamten Krisen, die wir überall haben und dem steigenden Wettbewerb auch aus dem Ausland. Und für das Thema Mitarbeitergewinnung haben wir einen Prozess entwickelt, wie Sie sich nicht nur als attraktiver Arbeitgeber positionieren, sondern wie Sie die passenden Mitarbeiter einstellen. Ich kann Ihnen natürlich viel darüber berichten, was für tolle Kundenergebnisse wir haben. Dass wir einen Kunden haben, der in einem Monat mehr Kundenanfragen jetzt generiert als vor einiger Zeit in einem Jahr. Oder dass jetzt Geschäftsführer aus einer Vielzahl von Bewerbungen die richtigen Mitarbeiter auswählen können. Aber was für mich viel wichtiger ist, ist sich an den Ergebnissen zu messen und das, was meine Kunden über uns sagen. Die Resultate in der Zusammenarbeit waren sehr gut. Wir hatten über 100 Bewerbungen in wenigen Monaten. Und daraus sind dann in Summe elf Einstellungen entstanden. Eines meiner Schlüsselerlebnisse war, als wir tatsächlich in einer Woche mehr als fünf Anfragen auf einmal reinbekommen haben, da hatte ich mir dann schon die Frage gestellt, okay, wann hört es auf? Wie geht es weiter? Also was kommt da noch? Die Zusammenarbeit mit Social Media Schwaben hat uns einen völlig neuen Vertriebskanal eröffnet. Durch die Präsenz in den sozialen Medien sind wir jetzt international bekannt. Wir spielen international unseren Content und das hilft uns täglich neue Leads und Sales zu generieren. Teilweise bis zu fünf pro Woche. Das ist eine enorme Zahl für unsere Industrie. Das Ergebnis der Zusammenarbeit war, dass wir eine Vielzahl viel schneller Bewerbungen bekommen haben. In sieben verschiedenen Positionen, die wir ausgeschrieben haben. Und wir haben jetzt nach einer kurzen Zeit, einem Monat, schon drei Mitarbeiter einstellen können. Ein besonderes Highlight unserer Zusammenarbeit war, dass wir schon nach wenigen Wochen tatsächlich einen sehr großen Fisch an der Angel hatten. Das hätten wir uns beide nicht vorstellen können, dass das dann so schnell geht. Gerade am Anfang einer solchen Social Media-Konferenz. Also jetzt haben wir natürlich Bewerber aus verschiedenen Kanälen. So ist es uns gelungen, in diesem Jahr knapp zehn Mitarbeiter schon mehr einzustellen. Ein langjähriger, guter Freund aus einem befreundeten, größeren Unternehmen, was selbst weit über 500 Mitarbeiter hat, eigene Marketingabteilung, rief mich an, weil sie mit ihrer Akquise unzufrieden war. Ich zeigte ihm, welche Zahlen wir haben. Und er war entsetzt, dass wir das als ein deutlich kleineres Unternehmen in einer Woche haben, was sie noch nicht mal im Monat schaffen. Social Media Schwaben hat gezeigt, dass sie zwar aus dem Bereich Maschinenbau kommen ursprünglich, dass sie aber ein sehr viel breiteres Feld bespielen können. Und für Chemie beispielsweise ist es durchaus geeignet. Wenn jetzt auch Sie in wenigen Wochen von solchen Ergebnissen berichten wollen und Ihr Unternehmen mit neuen Mitarbeitern und vor allem auch neuen Aufträgen versorgen wollen, dann habe ich jetzt etwas für Sie. Sie können jetzt ein kostenfreies Strategiegespräch anfragen. In diesem Strategiegespräch analysieren wir exakt Ihre Situation und Ihre aktuellen Herausforderungen und werden eben herausfinden, ob eine unserer Lösungen auch bei Ihnen funktionieren könnte. Das heißt für Sie, Sie werden aus dem Gespräch herauskommen und Klarheit darüber haben, ob und vor allem wie Sie an Ihrer Situation etwas ändern können. Einer unserer Experten wird sich dann zum vereinbarten Zeitpunkt bei Ihnen melden und herausfinden, was die nächsten Schritte sind. Ich freue mich darauf, Sie später mal persönlich kennenzulernen und mit Ihren Unternehmen die nächste Erfolgsgeschichte zu schreiben. Machen Sie es gut. Bis dann. Ihr Robert Kirst. Machen Sie es gut.